Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wer wollte ihn? Er nahm ja alles und füllte mein Herz mit Rache. Die Toten sind dabei, über die Meere zu herrschen. Sie suchen euren Rivalen mit jungem Blut und alter Wut. Ich höre die Geschichten von einem mächtigen spanischen Käpt'n. Jäger und Henker, 7.000 Männer. Nein, 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 Männer nicht. Nein, nein, nein. Piraten. Piraten. Ich kannte mal einen Spanier namens. Irgendwas auf Spanisch. Wer kommt dich holen, Jack? Hast du überhaupt ein Schiff? Eine Crew? Hosen. Jack. Ich bin untröstlich. Hast du noch was gesagt? Du kannst dich nicht verstecken. Finde Sparrow für mich. Von jetzt an sind wir Verbündete. Wenn man bedenkt, wo du deine linke Hand hast, sind wir mehr als das. Ich will keinen Ärger verursachen. Was für eine schreckliche Lebenseinstellung. Die Stunde der Abrechnung steht bevor. Pirates of the Caribbean. Salazar's Rache. Die Männer auf dem Schiff suchen nach Jack. Daher ziehe ich es vor zu schwimmen. Carina, aufhören. Nein, 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 nein. Nicht aufhören. Ich finde wirklich, das reicht jetzt. Nein, das reicht nicht. Ich habe ihre Knöchel gesehen. Du hättest viel mehr gesehen, wenn du die Klappe gehalten hättest. Du hättest viel mehr gesehen, wenn du die Klappe gehalten hast.